Und you will know, we already know the smell of the, 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 know the smell of the game. Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, das wir ein Spiel, das wir schon lange nicht mehr gespielt haben auf diesem Kanal und zwar giltiges Tribe. Denn die Season 3 mit Johnny ist draußen und ja, wir sind verspätet, aber mein Gott, ich habe keine festen Zeitangaben, aber irgendwann mache ich es. Ja, die dritte Season wurde während der Evo 2023 angekündigt mit Johnny und der neuen Spielmechanik, die dem Spiel eine ganz andere Sache verleiht. Und wie wir sehen, ist das Design hier, also das Menü-Design ganz anders. Mit jedem weiteren Menüpunkt wechselt immer das Bild. Können wir auch einmal durchgucken. Hier werden überwiegend Charaktere bzw. Schnipsel von den relevanten Gameplay-Charaktere oder dem Artwork gezeigt. Ja, das neue hier ist, man kann, äh, bei den Einstellungen jetzt, System, bei Schnellzugriff auf, ähm, ja, selbsteinstellen, was man hier machen kann. Schnellstart, Rangliste, Arcade, Überleben, Versus, Training, Mission, Tutorial, Combo-Suche, Combo-Erstellen, Story-Spielen, GG-Welt, R-Code, Avatar, Replay, Gallery, Angeln. Also eigentlich alles, was in diesem Spiel drin ist. Äh, übrigens, ich weiß nicht, wie lange das schon da ist, aber die gespeicherten Daten herunterladen von der PS4, dass man alle seine Sachen dran hat. Hm, ich hab's nicht probiert, da ich jetzt alle Sachen freigespielt schon fast hab. Da hab ich mich jetzt auch nicht damit irgendwie beschäftigt, aber das ist so jetzt die Sache, dass die Einstellungen da oben versteckt sind. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt Viereck drücke, dass ich zum Beispiel, yo, hier ist mein privates Match, dass du hier nicht durchklicken, äh, musst. Alles klar, warum wir jetzt dieses Video hier ja hier machen, äh, ist einmal Arcade-Mode mit Johnny. So, das Besondere an Johnny hier ist, ähm, Johnny. Dass man ihm auch ein Bart geben kann, aus welchem Grund auch immer. Ähm, ich wähle aber gerne die Farbe, mit der ich gern spiele, und das ist die hier. Und dann würde ich sagen, let's go. Johnny macht Spaß. Johnny mal hat so ein paar, sagen wir mal, ja, er ist ein mittlerer Zoner, hat aber auch gute Attacken, und er kann sehr viel mit den Karten machen. Äh, mit den Karten kann ich auch nicht so gut spielen. Aber da brauchen wir mal loslegen. Und mal gucken, wenn wir uns später dann im Survival dann noch schlagen. Aber der ist er. Johnny. Die coole Socke. Was ist das? Ich bin auch nicht so viel mit dem Karten, um den Karten zu sehen. Das ist ein Karten. Ich war, als ich war, dass ich ein Karten zu sehen. Das ist pass. Johnny. Okay, ich bin mal auf. Geo. Duell 1. Lance Ross. Die Karten. Geo. 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 Das ist ein Schwerzucker, das kann er unter dem Bein machen, nach oben und natürlich quer. Und das kann er auch dasselbe in der Luft. Das ist mein Name. Das ist ein Schwerzucker, das ist ein Schwerzucker, das ist ein Schwerzucker. Das ist ein Schwerzucker, das ist ein Schwerzucker, das ist ein Schwerzucker. Es ist ein Schwerzucker, das ist ein Schwerzucker. Ich bin ein Schwerzucker, das ist ein Schwerzucker. Das ist ein Schwerzucker, das ist ein Schwerzucker. Ich würde gerne Giovanna anfärben für die Jellyfish-Piraten. Und hier kommt einer meiner Charaktere, die ich auch sehr gerne spiele, aus der Season 2, Bridget. Auf jeden Fall, die neue Mechanik ist jetzt mit dem Burst übrigens. Der Burst liegt jetzt nicht nur als Combo-Breaker, sondern wenn man Viertelkreis nach vorne Slash macht, macht es so einen zusätzlichen Schlag. Und wenn du ein Viertelkreis nach hinten vom Gegner Slash machst, dass du einen Bouncer machst. Diese Das war's für heute. Ah, das war jetzt ein bisschen Standard, weil man die Tension-Leiste nicht mehr nimmt. Achso, stimmt, der Gold Burst hat jetzt eine ganz andere Funktion, und zwar, dass man jetzt positive Bonus bekommt, nicht den ganzen Tension. Grab, bitch. Und die Süße. Genau, Standing Slash war ein Schwertstich nach unten. Das war nicht so schlimm, das war's. Ja, damit muss man so ein bisschen klarkommen. Ähm, man kann sagen, Johnny ist so der coole Outlaw, kann man sagen. Er ist der größte Glücksspieler. Er spielt, also, er geht gewisse Sachen ein, wo er wirklich sein Glück herausfordert, aber man sieht ja, er fühlt sich alleine mit seiner Coolness vollkommen durch. Das war's. Er ist der größte Glücksspieler. Er ist der größte Glücksspieler. Er ist der größte Glücksspieler. Wie lange ist das? Jahn-Jahn vs. Tessas Wenn man auf die Karte guckt, immer die Johnny Rift bei dem Special, dann hat jeder Gegner eine andere Karte. Die Karte guckt! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Da war er safe? Okay. Thank you. Oh man, alter. Aber die Karte. Das gestaltet sich sehr schwierig. Da muss ich glaube ich ein bisschen mehr mit dem Schwätschig arbeiten. Ich kann mit Reichweite nicht so gut und mit Browning. Aber... Ein... Ja. Ist halt ne Aufgabe mein Gott. Ja. 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 Der Faust hat größere, bessere Reichweite. Sieht nicht! Sieht nicht! Sieht nicht! Es ist ganz schön. Ich habe sie gesehen. Ich bin ein bisschen fast. Ich bin ein bisschen fast. Ich bin ein bisschen fast. Ah, der reicht echt bis zur Hälfte des Bildschirms. Komm da! Ja, der positive Bonus ist jetzt mehr integraler Bestandteil, als sehr schnell mit den Specials irgendwie zu machen. Weil der Tension, der fühlt sich auch etwas nicht so schnell auf, je nachdem was für den Charakter du spielst. Und der Schaden wurde auch reduziert. Daher dauern die Matches alle deutlich länger. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Man muss sich damit arrangieren. Bei den High Damage, den habe ich schon gemacht hier, aber naja, jetzt muss man halt andere Sachen hier bewerkstelligen können. Und anders die Wege finden, wie man mehr abzieht. Das lässt trotzdem aber nicht das ganze Spiel irgendwie sich weiterentwickeln lassen, deswegen es muss ja irgendwie auch kreativ bleiben. Ja, seht ihr, jetzt habe ich Puff gefunden. Wenn ich dann, wie mache ich das, geht butcher schenke! Das envisioned doch eigentlich wiecount eine Bahnfahrung, die wirklich viele Cyclone vorbe Persönlich Nee! Daher ist noch für die Welten, die Muntaine! Hallo! пятensiv! Moment! Sitteln, Munich! ah oh 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 Da ist er! Mein Gott! Ich hätte ihn greifen können Aber er würde sehr gut sein Das heißt, dass ihr bei uns dann seid. Das ist gut, was ich in dem Fall. Das ist wirklich Leid. Desklar, wenn du nicht glaubst, so ist es ein Frohbehnter, was ich. Johnny... Will Moise... Die Menschheit wusste, dass sie die Gesellschaft nicht ändern können. Also statt auf sich selbst reflektieren, sie blämmen die Beasts, Heaven, oder Hell. Ich werde die Schmerzen für die Schmerzen. Ich werde die Schmerzen für die Schmerzen. Johnny vs. Gold Lewis. Duel 1. Let's rock! So, positive bonus. So, positive bonus. Doga! Ja! Das war's. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Manche wussten, dass sie die Gesellschaft nicht verändern können. Also an sich zu reflektieren, haben sie die Bieste. Heaven oder Hell. Ah. Nice glass. Ich fühle mich an. Nice glass. Ich bin sehr gut. Ich hab's gewonnen. Ich habe's gewonnen. Okay, das ist schon mal besser. 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 Aber mit dem Playstyle, den ich hier habe, ist das schon mal zufrieden. Und wo ist sie? War ja klar, dass sie in der Final Battle ist. Johnny, hier ist er. Okay, das ist schon mal besser. Okay. 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 Nicht unter anderem! Er ist gut. Das ist das! 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 Die Sandwich haben wir hier! Ich habe mich auf dem船 gebracht. Ich habe mich immer verletzt, aber... Sorry, ich dachte, Johnny hat mich überrascht. Das ist so klein. Ich habe mich immer überrascht. Ich bin immer die Frau. Ich muss mich immer überrascht. Ich bin immer auf die Frau. Ich bin immer für mein Frau. Ich bin sicher, die ich nach mir gerne komme. Ich möchte mich anrufen, und ich denke, alle anderen auch hier freuen. Was ist das? Ich bin der Welt der Welt. Ja, ich bin der Welt. Ja, ich bin der Jäger. Ich bin der Jäger! Kommen wir mal hergegen. Alles klar. Gut, dann ab zum Survival. Lokal Überlebensurvival. Johnny, baby. Mit Bart? Ohne Bart? Ach komm, machen wir mal mit Bart, damit wir es auch mal gemacht haben. Nicht mal gucken, wer das im Intro bergt. Manche wussten, dass sie die Gesellschaft nicht ändern können. Also, insofern sich auf sie selbst reflektieren, haben sie die Böse, die Böse, die Böse für Hölle. Warum kann man nie mit Bart geben? Ich verstehe. Ich meine, ja, er sieht viel älter aus dadurch. Definitiv. Ich bin der Kommen. Ich bin der Kommen. Ich mache die Kommen. Ich werde dir das Kommen. Ich bin der Kommen. Johnny Tone Tschüss. Johnny Yobaka? Johnny, du Idiot? Echt jetzt? Weiß es nicht. Ich hab das sehen wie du wahrscheinlich. Johnny, gewinnt. Manche wusste, dass sie die Gesellschaft nicht ändern können. Also statt auf sich selbst reflektieren, haben sie sich in der Höhe. Ich hab das Gefühl, schneller die Leute durch die Wand zu knallen, damit man positive Bonus bekommt. Also alles spielt hier auf positive Bonus, um damit schneller den Tentenball vollzukriegen. Verstanden habe ich die ganze Dynamik hier schon. Vor allem tatsächlich mit Dall-Trend-Aktion. Und der ganze Schaden ergibt sich auch mehr durch mehrere Schläge. Dann sind Sie besser. Ich habe in der Falle ein에서는, dass der Spieler bei ihnen nicht näher zu sehen. Du kannst dich nicht besser aufschauen, aber mir gehe elephant in der Lage. Wir sprechen hier nicht, oder? Wir sehen uns nicht. Wir haben keine Hände. Wir sehen uns nicht. Manche wusste, dass sie nicht so vieles. Duell 1. Let's rock! Das ist billig, das ist billig! Das ist billig, das ist billig! Das ist billig! Das ist ein billig! Das ist billig! Das ist billig, das ist ein billig! Er ist, also vom, vom Kämpfen her ist er recht simpel. Aber trotzdem hard zu master, definitiv, wie generell Königin Strives, dass der Einstieg, die Einstiegshörde gering ist, aber meine Fässer. Aber früher habe ich sehr oft Gold Burst gemacht. Gleich am Anfang habe ich voll Fatschen gehabt und dann habe ich voll losgelegt. Jetzt ist es ja nicht mehr möglich. Deswegen muss man jetzt ganz anders an den ganzen Kampf herangehen. Und was aber, ja, das ganze Spiel quasi neu wirken lässt. Die Menschheit wusste, dass sie die Gesellschaft nicht ändern können. Also, insofern des ganzen Kampfverhalten, haben sie die Fässer. Und da ist Batman, der letzte Tag, da aus der Ziele 2. Tschüss. 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 Es started. Seid froh, dass der gute Jolly mit hier ist, ich hab hier gemacht. Miromatch! Vielleicht sehen wir ja mal... Oh, das war die Reck! Das ist der Mann im Spiegel. Aber bisher kommen wir gut voran. Mankind knew that they cannot change society. Duel 1. Das könnte mein Fang sein. Man, man, man. Ja, der Behemoth Typhoon, der ist ein Ding. Duel 1. 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 Ah, das war ein neues Move. So bad guy, oh! Arena Nummer 10 Mankind Duel 1 Let's rock Duel 1 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 Schmoden Sprecherungen Ja, das konnte man ab der Season 2, ne, das konnte man schon immer. Aber auf jeden Fall auch, wie gesagt, das genannte Genü-Design ist auch leicht, das heißt, neu gemacht worden. Duel 1. Let's do you wanna again. Let's rocken! You need to play! 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 Jupp! Das war doch mal direkt. Ja, das Spiel ist immer noch schnell. Das Spiel ist immer noch schnell, aber wenn man sich auch mit der, ähm, ja, man muss gucken, was man aus der neuen Mechanik bei den Eikens. Einen zweiten Charaktären auch angucken kann, weil man, äh, man hat jetzt noch viel mehr neue Wege, Fluste in R.C. Kennen Sie. Ja, das war, das war, das war, schlecht. Okay. Okay. Ah, der Slash ist sehr, der Heavy Slash ist sehr weit und groß. Oh, das ist sehr, 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 sehr. Er musste sich gar die Maske aufsetzen, dabei er haltet mich nicht. Okay. Mei, Mei again. Mankind. Duel 1. Let's run! Duel 1. Duel 1. Duel 1. Duel 1. Duel 1. Das war knapp, das hätte ich mir mein ganzes Kaffeegeld gewonnen. Oh Mann. Vor allem das bei Mei zu sagen. Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blame the beasts. Duel 1. Duel 1. ghetto die m kannten. Überraschung! Ja, ein bisschen Ehrfurcht habe ich vor dem Potemkin, aber ein Gericht geht das. Milja, na, da sehen wir die mal endlich auch. Duell 1, let's rock! Okay. Ah ja, Asuka, nee, Asuka, also Dead Man war der Letzte. Einer der komplexesten Charakter in ganzem Spiel, der hat so viele Optionen, meine Güte, das ist total der Gimmick-Charakter, schlägt denn, wahnsinnig kreativ. Mankind knew that they cannot change society, so instead of reflecting on themselves, they blamed the beast. Duel 1, let's rock! Und wieder Gold Louis, meine Güte. Ja, wir sind aber schon bei Arena 20. Let's rock! Und wieder auf den Kniegeln von Kniegeln, die Werner wurden. Und wieder auf den Kniegeln, die Werner sind. Ander, die Werner sind. Und wieder auf der Kniegeln. Okay, ja Kai, verständlich. Okay, ja, ja, ja. Okay, ja, 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 ja. Okay, ja, 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 ja. Sehr schön. Okay, ja, 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 ja. Nee, der wird mich noch nicht wegbringen. Okay, ja, 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 ja. Okay, ja, 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 ja. Okay, ja, 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 ja. Ich glaube, das geht ganz gut, was ich da ganz mache. Aber, ja, 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 ja. Jetzt kommt Faust, jetzt könnte das Stopp beginnen. Meine Güte. Rambler Fall, jetzt könnte es, jetzt könnte es eng werden. Ja, das war mir schon fast klar. Ja, das war mir schon fast klar. Ja, meine Damen und Herren, das wär's mit dem Video zu Johnny's Arcade Run und Survival Run. Und halt, ja, der Einstieg in die Season 3, ja, ich würde sagen, ja, das wär's mit diesem Video. Am kommenden Freitag, beziehungsweise das nächste Video, was danach folgen wird, je nachdem wann ihr das guckt, wäre die Fight Night mit Beat'em Up Master, wo wir, wo ich nicht nur Johnny spiele, sondern auch nochmal Batman. Und dann natürlich wieder Bridget, Indo und Kai. Ähm, ja, das wird dann dein nächstes, das nächste Video sein. Auf jeden Fall, ja, da feiern wir die Season 3 nochmal mit Beat'em Up Master. Und mal schauen, ob ich dann noch weitere gildige Strife-Videos machen werde, beziehungsweise wir weitere Fight Nights machen. Auf jeden Fall wär's das erstmal von meiner Seite aus. Ich würd sagen, ja, wenn euch das Video gefallen hätte, lasst ein Like da und ein Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein gildiger Zeug gefällt, dann lasst doch ein Abo da und ringt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würd sagen, ich bin die KS Game Stage 5 und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Rock, Baby!